Kurz vor 9 in der Bib, richtig lit. Paul Mohr, du bist ein geiler Typ. Heute mal so richtig immer. Aber noch kurz Facebook checken, das muss schon sein. Oh, schau da, was ein süßes Kätzchen. Boah, leck um mir hab ich ein Bläbe auch. Puh, das wird ein Kampf. So, wo war ich. Genau. Durch diese Ergebnisse ist zu diagnostizieren das nämlich, nämlich, mit oder ohne Herr. Verdammt. Okay, kurz googeln. Unauffällig, konzentrierter Blick. Ohne Herr, natürlich. Ich bin ja auch nicht dämlich. Dämlich mit oder ohne Herr. Verdammt. Ach du je, Mine. Wie spät ist es denn jetzt schon wieder? Heute läuft schon wieder gar nichts. So, Paul Mohr, push dich, come on. Hm, 11,52. Also fast 12. 12,30 gehen wir schon Mittagessen. Das macht eigentlich gar keinen Sinn mehr, jetzt noch was zu machen. Wenn es nur meinem scheiß Magen besser gehen würde. Naja, so eine kleine Gyros-Schule geht schon.